Also, der Eurobee-Track kam soweit ganz gut an. Was kommt als nächstes? Hm, ich weiß nicht. Wie wärs, wenn wir einfach bisschen was basteln und schauen, was dabei rauskommt? Klingt gut. Beginn mal mit einer Arp oder einer Pad. Das klingt eigentlich für den Anfang immer ganz geil. Wie wärs damit? Ja man, das klingt nice. Kannst du da noch paar Korts und Plaks drauflegen? Normal. Das klingt dann richtig Baba. Hier. Digga, ich rieche ja schon wieder den nächsten mit. Vielleicht eine kleine Plug-Melodie? Jau. Ich pack aber noch ne kleine Submelodie drunter, dann klingt es direkt voller. Da hab ich ja schon direkt wieder Bock zu danzen. Vielleicht noch ne Transgate? Ja, das ist ne super Idee. Hier. Geil. Und wie klingt das Ganze dann mit einem schönen was dazu? Ich nehme einen soften Bass. Das passt besser zum Stil des Songs, denke ich. Klingt richtig geil, Alter. Mach mal ne Kick drauf. Wollen wir paar Claps und ne Open-High-Hat draufpacken? Ja, mach mal. Geil, Alter. Jetzt noch ne geschlossene High-Hat und ne Crash. Ich pack auch direkt ne Reiser und ins Nährbrick rein. Check das aus. Ja, Mann. Das klingt so fett. Hast du schon ne Idee für die Hauptmelodie? Ich hab da schon was Kleines komponiert. Wie findest du das hier? Das klingt übelst geil, Digga. Erinnert mich ein bisschen an die alten Songs von Chichi Dabostino. Kannst du das in einen Break einbauen und bisschen laufen lassen? Klar. Er. Das klingt wirklich fett, Alter. Was meint ihr? S. Vielen Dank.